Und weiter geht's mit Dungeon Village Sessions. Ja, ich spiele das Spiel jetzt innerhalb von einer Nacht durch. Und wir haben mittlerweile 2.32. Und ich bin jetzt noch nicht müde, gar nichts. Also passt das schon. Habe ich meinen Urlaub gut investiert. Oh! Da, 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 da. Oh, wir haben die eine Million geknackt. Ist das geil? Ist das geil? Ja, sicher ist das geil. Ja, bloß was machen wir mit so viel Kohle? Hm. Mein Gott, hat der Baum Energie, ey. Ach du Scheiße. Das ist ein Drecksvieh, ey. Dann krieg ich nur ne Milch raus. Alter. Das geht gar nicht. Ja, sicher. Auf meinen kleinen Boosley. Haha, da bist du echt gut gespawnt. Ach, da kommt schon wieder was. Oh nein, ein Pilgersee. Ach, hier auch. Kacke. Und noch MC Flügelman. Hm, der wird tricky. Jungs, geht mal vor die Tür. Warte mal, hast du dir echt einen Bogen geholt? Alter, wie... Wie kann man sich einen Bogen holen? Boah, ist denn hier passiert? Massaker pur. Hm. Ist doch doof, ist das. Ja, super. Hey, mein Wessler. Ach, ein bisschen unübersichtlich gerade. Hallo, ich sehe... Ach, korrekt. Ja, oh nein. Tja, super. Alter, was ist mit dir? Du Scheiß-Drecksvieh. Toll. Hm. Na, jetzt kriegst du aber alles, was du brauchst. Heftig, heftig, ey. Und Gorilla. Ach, Gorilla, was machst du? Donkey Kong. Ach, du... Boah, nice. Alter, Vater, geht halt ab. Nein. Habe ich dir schon mal was zu gesagt, oder? Aber irgendwie habe ich Hunger. Irgendwie habe ich Hunger. Ich will Fleisch. Oder will ich Fleisch? Sicher will ich Fleisch. Schön lecker Fleisch, wo ist... Na, gleich mal den Kühlschrank plündern, würde ich sagen. Hm. Das ist aber toll gemacht. Komm, einmal nur. Ja, sauber. Da, 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 da. Hm. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, das war ja sowas von klar. Hey, mein Hauptcharakter hat wieder was Schönes erreicht. Da, 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 da. Jetzt ist er Alibaba. Ah, ich könnte ihn mal wieder neu einkleiden. Wo ist er? Das bist du, ne? Nein, das bist nicht du, aber das. Ah, klick. Jawohl. Dann kriegst du mal ein... Hey, kauft er sich ein Schapsbier? Ich hasse es, wenn die sich selber... ...einkleiden. Ich kaufe immer den letzten Dreck. Eine goldene A. Alter, wie kann man sich eine... Ja, ich krieg Plack. Nee. Ein Ultragold. Einen alten Helm kauft er sich. Ach, Leute. Und eine Kyromedagie. So. Ja, immerhin. 3611 Einwohner haben wir. Hier, guck mal einer an. Ah, ja. Wo sind wir? Stehen geblieben. Ich hatte hier noch was vor, oder? Nee. Gucken wir mal im Waffenshop. Mioow. Ach, ein Dagger. Das war noch zu halten, du. Ah, ja. Sauber. Glück gehabt. Ei, 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 ei. Irgendwas ist hier wieder, was Bauer macht. Wer bist du denn, Donkey Hottie? Du bist aber leider tot. Geht doch. Geht doch. Ey, Gilly. Herzlichen Glückwunsch. Ach, du hast ja noch gar nichts erreicht, ey. Oh, und der Medaille fehlt. Ja, ganz super, ey. Ich glaube, der war von Anfang an... Was war der? Fahrbahn? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon ein paar Jahre her hier. Dum, 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 dum. So. Hallo. Was passiert hier? Oh, schau. Ja und wo? Hier ist doch nichts. Aber da kommt was. Und wir kriegen Miete. 13.700. Ja. Recht ansehnlich. Wo du pülst aber rein, ey. Ganz super. Oh, nice. Da hätte ich jetzt was anderes erwartet, aber war gut. Wenn er meint, dann meint er richtig. Was ist denn hier los? Machst du Damage, ey. Machen wir das mal weg. Hier kommt ein bisschen schneller hier. Ja, das sollte machbar sein. Was ist denn hier los? Oh, zwei von den Fliegern. Fuck off, ey. Sauber. Und Haus, kann das eigentlich meine Kung-Fu-Meisterin? Da ist er. Nein. Wo sehen? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Oder ist er wieder draußen tot? Irgendwo muss hier doch sein, hier. Champagner. Da ist er. Ne, was ist die süß? Ach, er sich ja ein Mann-Armee oder was? Ach, hat sie mich wohl... Ach, guck an. Macht sie sich nützlich. Ach, schmeiß den Ohren da rein. Und geh mal ein Blümchen kaufen. Wo willst du hin? Ah. Kannst du nicht... Ne, 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 ne. Ach, Leute. Ey, jetzt hakt er wieder, weil er hinterm Baum ist, oder was? Jawohl, ein Schlag noch. Ach du, Eierkorb. Tja, Magier. Damit hättest du rechnen müssen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Eieiei, wer kloppt denn da so? Dan, dan, dan. Hm. Ach du Kacke. Hum, de dum, de dum. Was ist das denn? Cool. Plündern. Ich hab so viel Kohle. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Hm. Alter, von wo klopst du denn? Tja. Was ist ne Opferung? Ja, toll. Hätt ich mal nix gesagt, du. Müssen hier oben los. Jawohl. Immer schön heilen. Heilen? Ja. Ja, super, ey. Ist die wieder mitten in der... Frauen. Ich hab... Oh, geschafft, geschafft. Mai Akiba, wer bist du denn? Der Koch? Ah, auch nicht schlecht. Na, wo bleibst du? Du kriegst erst mal ne Ausrüstung. Wo ist der Koch? Da. Kommst du das einmal? Eine Armour. Du hast bekommst du noch schon das? Ultragold, ja sicher. Nur vom Feind, Sanpia Kohle. Ja sicher. Eine Cairo-Medaille. Da, bitteschön. und direkt einen davon scheiß die wand an ist das schön hier machen wir mal wieder eine kleine pause bis dann